Geht das schon wieder um den Elfen? fragte Draco auch mal rein. Entschuldigung. Diese Elfen. Geht das schon wieder um den... Mann, ich muss immer an Belfer denken. Und ein bisschen man sagt dann so, nein, das heißt nicht Belfer, das heißt B.Elfe.R. Miss Granger. Miss Granger. Miss Granger, wie schön sie zu sehen. Okay. Ich hasse es, wenn du einfach aufstehst. Was solltet ihr sonst machen? Sie hat Hunger! Sie ist schwanger! Hab etwas Mitleid mit ihr.